Theobald Theodor Friedrich Alfred von Bethmann-Holwig war ein deutscher Politiker in der Zeit des Kaiserreichs. Seine Karriere begann als Verwaltungsbeamter und gipfelte in der Amtszeit als Reichskanzler von 1909 bis 1917. Theobald von Bethmann-Holwig vertrat liberale Auffassungen und stand der fortschrittlichen Volkspartei nahe. Er bemühte sich als überparteilicher Kanzler um einen Ausgleich zwischen Sozialdemokratie und Konservatismus. Dieses Ansinnen brachte ihm Lob, aber vor allem Kritik beider Seiten ein. Seine Rolle beim Beginn des Ersten Weltkrieges ist umstritten. 1914-15 trat er dem extremen Annexionismus rechtsgerichteter Kreise entgegen, verfolgte aber auch selbst weitreichende Kriegsziele. 1916-17 bemühte er sich um einen Verständigungsfrieden auf der Basis einer gestärkten deutschen Machtposition. Ein Konflikt mit der dritte obersten Heeresleitung führte am 13. Juli 1917 zu seiner Entlassung. Seine ethischen Werthaltungen und seine fortschrittliche Grundhaltung als Leitlinie der Politik beeinflussten den Sessi-So-Club. Den Solfkreis und den Kreisauer Kreis dank seiner Kontakte zur SPD fand diese zeitweise eine gewisse Akzeptanz im Bürgertum. Vielen Dank. Vielen Dank.